Hallo, herzlich willkommen zum Sokratischen Weg. Wir sind heute wieder am Start mit einem neuen Review-Video. Wenn ihr euch jetzt fragt, was der Sokratische Weg ist, dann habt ihr wahrscheinlich unser erstes Review-Video nicht gesehen. Schaut euch das gerne mal an und schaut auch gerne mal auf unsere Webseite, da ist das Ganze auch ein bisschen erklärt. Und wir haben heute wieder eine Reihe von Leuten aus der deutschen Community hier mit dabei. René, Karl und Gerald, kennt ihr schon vom ersten Video, wenn ihr das gesehen habt. Und jetzt heute neu mit dabei ist der Alex. Hallo Alex. Und wir haben heute auch ein Video von dir, Alex. Magst du kurz ein paar Worte zu dir sagen, dich ein bisschen vorstellen und ein bisschen sagen, wie es zu dem Video kam, zu dem Gespräch? Ja, klar, gerne. Also ich interessiere mich insgesamt jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren für Street Epistemology. Ich habe natürlich viele Videos, englischsprachige Videos gesehen. Und im Dezember bin ich ja dann auf Discord quasi zu euch gestoßen und bin seitdem jetzt auch mit im Sokratischen Weg und im Street Epistemology Discord-Channel aktiv. Ja, und kurze Zeit darauf, im Januar, hatte ich quasi dann mein erstes Street Epistemology-Interview mit einem Bekannten, den ich mal wieder über WhatsApp kontaktiert habe und ihm quasi davon erzählt habe und ihn gefragt habe, ob er da nicht mal Lust dazu hätte, sich quasi mir zur Verfügung zu stellen. Und er war dann auch dazu bereit. Und ja, das war mir dann quasi, ist das quasi ja mein erstes offizielles Street Epistemology-Interview, so, dass ich geführt habe. Ja, cool. Ja, wir sagen vielleicht kurz vorab, also wir haben das Video, glaube ich, alle schon gesehen, ne? Alle, die hier dabei sind, genau. Gehen jetzt aber nochmal systematisch durch und schauen ein bisschen, was gut gelaufen ist, wo es noch Luft nach oben gibt, so wie wir das bei Karl und Petra beim letzten Mal auch gemacht haben, bei dem anderen Gespräch. Gut. Gibt es von eurer Seite noch was, oder? Ja, es ist nicht die deutsche Community, sondern die deutschsprachige Community. Das muss der Österreicher hier einfach mal betonen. Hilft damit. Völlig richtig, hast du recht. Es ist die deutschsprachige Community. Schande über den Haupt. Ja. Ich werde Buße tun. Okay. Dann starten. Starten mal. Ich glaube, ich muss hier noch zum Anfang spulen. Jawohl. Und los geht's. Wie heißt dein Kumpel nochmal? Mein Bekannter heißt Markus. Und ein Hinweis noch, ganz am Ende des Videos habt ihr wahrscheinlich gesehen, da ist ein kurzer Fade to Black. Das war eine technische Geschichte. Die Kamera ist einfach kurz ausgestiegen und hat ein neues Video-File angefangen. Und deswegen ist da eine kleine Unterbrechung. Also nicht, dass ihr euch wundert. Okay. Okay. Gut. Dann bringen wir los. Also, Interview mit Markus. Herzlich willkommen. Schön, dass du mich heute eingeladen hast. Und die Chance gibt es hier heute mal ein SE-Interview mit dir zu führen. Gerne. Ja, und du hast schon eine Überzeugung. Genau. Und zwar die Überzeugung, dass alles mit allem verbunden ist. Also wir Menschen miteinander, wir mit der Natur, mit der Erde, mit dem ganzen Universum. Also, dass es irgendwie ein insichtbares Band gibt zwischen der ganzen Schöpfung. Alles ist mit allem verbunden und steht im Zusammenhang und beeinflussigt. Okay. Hast du mit ein Beispiel, ein konkretes, wo du das umgeobachtet hast? Oder, nee, sorry, vorher noch eine andere Frage. Wie sicher bist du dir, dass das so ist? Von einer Skala von 0 bis 100, wenn du das so erordnen müsstest, dass du sagst 0, kann überhaupt nicht sein, dass es sowieso schon 100 heißt. Das ist definitiv so für mich. Das ist schon ziemlich viel. Ich würde sagen 97. 97, okay. Also ziemlich sicher. Ziemlich sicher, ja. Okay. So, da würde ich direkt schon mal eine kurze Pause machen. Und zwar ist mir da gleich aufgefallen, oder ich habe es mir auch vorhin nochmal ganz kurz reingeschaut, und was mir aufgefallen ist, ist, dass du die Skala ein bisschen anders verwendet hast, als das zum Beispiel Anthony häufig tut, was ja völlig legitim ist. Das ist ja, die Skala ist ja im Grunde völlig beliebig. Man muss sich nur dessen bewusst sein, was die Zahlen bedeuten. Also Anthony sagt immer, 0 wäre, man ist sich überhaupt nicht sicher, man hat nur Zweifel. Und du hast jetzt gesagt, 0 wäre, das kann überhaupt nicht sein. Also das heißt, diese Aussage ist ganz sicher unwahr. Das heißt, das, was auf Anthonys Skala die 0 wäre, wäre auf deiner Skala 50. Das ist richtig, ne? Ja. Was ich richtig schön fand, war, das war ja ein klassischer Einstieg. Also das war eine Checkbox nach der nächsten, da bist du ja fast nicht hinterhergekommen. Also richtig, richtig schön. Ich fand das auch nicht schlimm, dass du dich da nochmal wieder gesagt hast. Nee, ich will erst die andere Frage stellen. Am Anfang schön nach dem Schema laufen, fand ich richtig schön. Das finde ich nicht nur nicht schlimm, sondern das ist sogar positiv hervorzuheben, weil es einfach zeigt, dass man jetzt nicht an einer Entscheidung festhält, nur weil man sich jetzt mal vergessen hat, ich wollte die Zuversicht eigentlich abfragen. Ja, habe ich auch schon oft gemacht. Und das war immer die richtige Entscheidung, wenn ich gemerkt habe, hey, da fehlt mir noch was, kurz zurückrudern, da keine Scheu haben. Ja, und ich denke gerade auch, die Zuversicht abzufragen, empfiehlt sich, das gleich zu Beginn zu machen und nicht dann irgendwann im Gespräch. Und wenn das Gegenüber dann einen sehr niedrigen Grad nennt, geht man da vielleicht ja auch nochmal ein bisschen anders ran, als wenn das so hoch bei 97 beispielsweise ist. Ich mache das manchmal gerne erst, wenn ich die Überzeugung erst mal verstanden habe. Erst die Überzeugung verstehe und dann nach der Zuversicht frage. Ja, das ist dann schwierig zu greifen, wann mache ich das. Also mir ist es da schon passiert, dass ich dann nicht mehr dazu gekommen bin. Dann waren wir doch schon mittendrin und dann hat sich vielleicht schon was geändert dran. Ich würde es auch lieber ganz einmal, ich definiere vorher Dinge und dann aber sofort. Ja, kann man so oder so machen, glaube ich. Was, glaube ich, an der Stelle noch wichtig ist, ist, also es ist zwar ein sehr hoher Grad an Gewissheit, 97, es ist aber nicht 100. Und ich denke, wenn es 100 gewesen wäre, ist es in aller Regel sinnvoll, erst mal darüber zu sprechen, was genau bedeutet 100. Heißt 100, du kannst dich gar nicht irren, es ist völlig ausgeschlossen, dass du dich irrt. Oder heißt es einfach nur, ich bin mir schon wirklich sehr, sehr sicher. Und das ist, also wenn das so gewesen wäre, hätte man eher in diese Richtung weiter gefragt, besser. Und bei 97 ist es aber nicht nötig. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter. Guter Vorschlag. Wie wichtig ist es für dich, wahre Dinge zu glauben, von der Skala von 0 bis 100? Wahre Dinge zu glauben? Also, dass du sagst, alles, was ich glaube, muss zwingend wahr sein, 100. Oder sagst du, ja, das ist so, ist mir weniger wichtig. Das ist mir wichtig, allerdings glaube ich, dass es bei manchen Sachen nicht mal eine Wahrheit gibt. Okay. Das ist da einfach, in manchen Dingen ist es nicht so klar, glaube ich. Aber wenn es um Fakten und Wahrheiten geht, also wo man sagen kann, das ist wahr, dann ist mir das schon wichtig, dass meine Bezeugung der Wahrheit entsprechen. Okay. Würde ich auch gleich wieder unterbrechen. Es sind, glaube ich, zwei sehr wichtige Punkte. Das eine, also auch immer eine sehr gute Frage, wie wichtig ist dir das denn, dass die Dinge, von denen du überzeugt bist oder an die du glaubst, dass die wahr sind? Und das Zweite ist eben jetzt auch diese, was sich jetzt durchgekommen ist, es kann mehrere Wahrheiten geben in der gleichen Frage. Wenn man, wenn man das, wenn jemand diese Überzeugung hat, ist es gut, das gleich am Anfang des Gesprächs herauszufinden, denn dann muss man wirklich darüber sprechen, was ist denn Wahrheit im Grunde. Ja, das ist bei dem sokratischen Weg halt sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Wenn ich von Wahrheit rede, muss man Gesprächspartnern die gleiche Bedeutung davon kennen, weil sonst reden wir einander vorbei und das ist ja was, was bei Diskussionen häufig passiert und das wollen wir ja hier beim sokratischen Weg vermeiden. Was mir noch aufgefallen ist, ich glaube, ich habe noch nie zweimal direkt hintereinander eine Skala abgefragt. Ich glaube, ich würde es ein bisschen vermeiden, da dein Gegenüber mit Skalen zu nerven. Ich frage dann, wenn ich frage, wie wichtig ist dir das? Das soll er es einfach in eigenen Worten sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich schlechte Ausschwechungen für den Rapport haben könnte oder so, aber ich glaube, dass wenn man dann eine dritte Skala abfragt, dass das Gegenüber vielleicht ein bisschen irritiert wäre. Aber das ist nur so ein Gedanke. Das müsste man mal in irgendeiner Runde ausprobieren. Also die zwei Skalen werden ja auch von manchen amerikanischen YouTubern direkt hintereinander abgefragt, um halt die Baseline zu setzen. Also ich finde das gar nicht so schlimm, diese beiden Checkboxen am Anfang aufzuhaken. Was heißt denn schlimm? Ich finde das eigentlich gut. Oder vielleicht häufiger machen. Okay, probieren wir mal. Ich glaube, zu der Zeit habe ich viel Mark Solomon geschaut und der macht das immer. Der stellt diese beiden Fragen nämlich immer direkt am Anfang. Und wahrscheinlich habe ich mich dadurch einfach ein bisschen inspirieren lassen und habe gedacht, ja, probiere ich auch mal. Und es war ja auch interessant, diese Aussage, also dass es mehr als eine Wahrheit gibt. Allerdings ist mir natürlich auch aufgefallen in dem Gespräch und ist natürlich dann immer die Entscheidung, bleibe ich jetzt bei der ursprünglichen Überzeugung oder gehe ich jetzt auf diese Überzeugung jetzt ein? Aber ich hatte mir auch ein Limit gesetzt von zehn Minuten und von daher habe ich mich dafür entschlossen, hier bei der ursprünglichen Überzeugung zu bleiben. Aber das wäre sicherlich ein Thema, wo ich mich auch gerne mit ihm nochmal unterhalten würde. Ja, an Mark Solomon musste ich auch denken. Der stellt eigentlich immer ganz standardmäßig erst die Frage auf einer Skala von 1 bis 7, nimmt er normalerweise. Wie sicher bist du, dass die Überzeugung wahr ist auf einer Skala von 1 bis 7? Wie wichtig ist es dir, dass die Dinge, von denen du überzeugt bist, dass sie auch wahr sind? Und weil wir jetzt gerade schon bei der englischsprachigen Community sind, ich habe ja die zwei Banner unten wieder eingeblendet und die waren aus den Survey Questions, also von der Umfrage, die Nathan erstellt hat, die sehr hilfreich sein kann. Also wenn man mit Leuten ins Gespräch kommen möchte, dann kann man die auch einfach mal diese Umfrage ausfüllen lassen. Und das waren jetzt hier zwei Beispielfragen, was ich da noch erwähnen wollte. Ich habe so ein bisschen vielleicht arg interpretiert, was der Markus hier gesagt hat. Markus hat gesagt, es sei so ein bisschen unklar, was denn jetzt eigentlich wahr ist und das unterschiedliche Ding, also dass wir nicht alle dieselbe Wahrheit haben. Und ich habe dann eingeblendet, truth depends on the opinions and beliefs of people. Das hat er so eigentlich nicht gesagt. Das war jetzt von mir so ein bisschen, es klang so ein bisschen, als würde es in die Richtung gehen, aber es war im Grunde eine Annahme. Vielleicht nicht ganz fair. Ich finde, die andere Survey-Frage trifft es eigentlich besser. Do we all have the same reality and just interpret differently? Also teilen wir die gemeinsame Realität und interpretieren sie nur anders? Das trifft es meiner Meinung nach eher. Ah, das wäre, okay, das wäre Frage Nummer zwei. Vielleicht, ja. Wissen wir nicht so genau, wäre vielleicht ein Thema für ein Weiteresgespräch. Wollen wir weitermachen? Mh, mh, mh. Ist es eine konkrete Überzeugung, ist es eine Überzeugung, die du jetzt schon länger hast, oder ist es eine relativ neue Überzeugung? Ne, die ist schon länger da. Okay. Hast du mal ein konkretes Beispiel, wo du das beobachtet hast, dass alles mit allem in Verbindung steht? Ne, es gibt Momente, wo ich das fühle, ne, oder wo ich zum Beispiel die Verbindung zu anderen Menschen spüre, was aber eben ein Gefühl ist, also keine Berührung oder kein Telefonat oder kein, sondern es ist ein Gefühl der Verbundenheit da. Und sowas spüre ich auch manchmal in der Natur. Wenn ich zum Beispiel irgendwas Schönes angucke in der Natur, dann habe ich das Gefühl, dass ich als Betrachter, wenn ich das irgendwie mit Demut oder mit Liebe oder mit Hingabe wahrnehme und anschaue, dass da in mir was passiert. Und ich glaube eben, dass das nicht nur in mir passiert, sondern dass es ein Wechselspiel ist. Wie zum Beispiel ein Pilzmyzel, ein Baum versorgt mit Nährstoffen und Informationen irgendwie. Ich glaube, da gibt es eben ein Band zwischen allem. Und beweisen kann ich das natürlich nicht, aber ich kann sagen, dass ich das wahrnehme als Gefühl, als Gefühl der Verbundenheit. Du beobachtest quasi diese Wechselwirkung zwischen dir, deinem persönlichen Empfinden und deiner Umwelt. Also wie deine Umwelt auf dich wirkt. Genau. Und dann vielleicht sogar so weit, dass manche Sachen dann auch anders passieren in meinem Leben. Je nachdem, wie aufmerksam ich bin oder wohin ich meine Gedanken lenke sogar. Stehe ich das richtig, dass du sagst, wenn du dein Gedanke irgendwie auf was lenkst, dann hat das auch Auswirkungen auf deine Umwelt oder was, was dir widerfährt? Nicht unbedingt auf meine Umwelt. Die ist ja so, wie sie ist. Aber meine Wahrnehmung, je nachdem, wo ich meine Wahrnehmung hinrichte, weißt du, kann ich entweder einen Scheißtag haben oder ich kann einen guten Tag haben. Weil der Tag an sich ist neutral, aber meine Wahrnehmung ist eben nicht. Okay. Also deine Wahrnehmung steht quasi in Wechselwirkung mit sich selbst? Ja, natürlich. Mit sich selbst. Oder deine Einstellung? Ja. Sehr gut gespiegelt. Das hast du exzellent gespiegelt. Und Kompliment, wie gut du es da geschafft hast, wirklich versuchen, die Überzeugung zu verstehen. Die Überzeugung selber ist ja jetzt ein bisschen was, wo man sich vielleicht denken würde, das klingt jetzt abwegig, aber wenn man da so reinhört, dann merkt man, da sitzt ein intelligenter Mensch, der sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat und er erklärt das auch gut und du stellst gute Fragen und das ist einfach das Reflektieren und Zurückspiegeln von den Fragen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann das nicht so gut. Da ist da super Worte gekommen. Danke. Was ich interessant finde, jetzt wäre eine Frage in die Richtung, macht, dass du das fühlst, macht, dass das wahr? Ich würde zum Thema Spiegeln noch kurz was sagen. Ich fand es auch sehr gut gespiegelt, sehr gut einfach in eigenen Worten nochmal wiedergegeben. Zum Schluss war ich mir nicht ganz sicher, ob du spiegeln wolltest oder ob das eine Nachfrage war, ob du das richtig verstanden hast, nämlich dieses, du nimmst die Wechselwirkung von, wie hast du es formuliert, die Wechselwirkung zwischen deiner Wahrnehmung und dir selbst? Zwischen dir und deiner Umwelt, glaube ich, war es oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es war irgendwie was Selbstreferentielles. Und das habe ich aus den Aussagen von Markus nicht rausgehört. Und da war ich mir nicht sicher, ob du das so verstanden hattest, dass er das meinte oder ob das quasi eine Schlussfolgerung war, wo du nachgefragt hast, ob das sich daraus schließend oder ob das das Gleiche bedeutet oder sowas. Ich glaube, ich habe am Anfang gefragt, ob er quasi beschreibt, wie quasi seine Wahrnehmung sich selbst beeinflusst. Ja, genau. Meintest du das? Ja. Es war so teils, teils. Also ich habe versucht zu spiegeln, was ich gehört habe oder verstanden habe und wollte aber auch gleichzeitig damit natürlich auch überprüfen, ob ich ihn richtig verstanden habe. Okay. Ja, das war, da hatte ich, dachte ich kurz, das ist vielleicht ein bisschen ein Risiko. Ähm, so wie du es formuliert hast, könnte es so rüber, also ich bin mir nicht sicher, er hat dann gesagt, ja, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob er einfach zugestimmt hat, weil er das tatsächlich so meinte oder ob, weil du das auch so ein bisschen affirmativ formuliert hast. Also bedeutet das das und er so, ja, genau. Manchmal sagt man das, obwohl man vielleicht gar nicht komplett verstanden hat, was der andere meint. Aber das ist, äh... Also ich will sich den Rapport ziemlich gut einschätzen, dass das, die Gefahr hätte ich jetzt nicht gesehen. Nee, der Rapport ist, ist hervorragend. Der Rapport ist eher, wenn der Rapport gut ist, kann das sogar eher dazu führen, dass man dazu tendiert, dem anderen zuzustimmen. Und darunter kann manchmal das Verständnis leiden, redet man wirklich über das Gleiche. Weil man eher weniger dann sagt, nee, nee, so meinte ich das nicht. Sondern wenn der Rapport gut ist, möchte man lieber quasi signalisieren, ja, wir sind ja, ich will dir ja zustimmen, wir sind auf einer Seite oder sowas. Der Alex hat halt, glaube ich, meiner Meinung nach schon eine Schlussfolgerung gezogen, die eigentlich prinzipiell richtig ist. Wenn du sie ihm dann unvorsichtig formuliert sagst, dann kann das halt, ja, ich weiß nicht. Ja, aber es zählt ja auch ein bisschen zur Verständnisfrage, ne? Also, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gehört vorsichtiger formuliert, aber prinzipiell könnte das Messaging bedeuten. Nee. Messaging? Ich bin der Meinung, dass sich deine Wahrnehmung auf sich selbst referenziert, ne? Nein, nein. Ich habe das jetzt so rausgehört. Das hat Alex nicht gesagt. Oder? Dann habe ich es falsch verstanden. Ist doch egal. Wollen wir uns den letzten Part nochmal ganz kurz anhören? Er hat es nicht so formuliert, aber das können wir gerne machen, ja. Ich weiß nicht genau, wie viel ich zurückgehen muss. Gib mir nochmal 20 Sekunden. Nee, ich verkunden oder so. Und hinrichte, weißt du, kann ich entweder einen Scheißtag haben oder ich kann einen guten Tag haben. Weil der Tag an sich ist neutral, aber meine Wahrnehmung ist selben nicht. Okay. Also deine Wahrnehmung steht quasi in Wechselwirkung mit sich selbst. Also ich habe ihm ja vorher die Frage gestellt, ob sein Bewusstsein quasi die Realität verändert. Ob sein, so wie er in den Tag geht jetzt mit diesem Mindset, ob das tatsächlich Auswirkungen auf die Realität hat. Und das hat er ja noch verneint. Er hat gesagt, nee, der Tag ist so, wie er ist. Nur meine Wahrnehmung ändert sich. Und ich wollte, an dem Punkt war mir, glaube ich, nicht ganz klar, wie seine ursprüngliche Aussage, alles steht mit allem in Beziehung mit dieser Beschreibung, mit diesem Beispiel jetzt, wie das in Verbindung steht. Und ja, das war halt die beste Frage, die mir in dem Moment eingefallen ist, ja. Ich finde, das war eine vernünftige Verständnisfrage. Ich hatte hier gerade auf meiner Seite einen Ausfall. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt im Stream alles drin ist, aber ich habe euch jetzt für ungefähr 10, 15, 20 Sekunden nicht gehört. Das wird ja auf dem Server aufgenommen, ne? Also, wir haben die anderen ja gehört. Also, bei uns war alles gut. Okay. Du hast es, glaube ich, halt. Weiter? Ein Punkt hätte ich noch, weil wir es gerade vorhin hatten, von seiner Aussage mit, es gibt verschiedene Realitäten. Hier hat er sich jetzt gerade, hat er das Ganze jetzt wieder relativiert, in dem Moment, wo er gesagt hat, nee, der Tag ist so, wie er ist. Ja, auf den Tag habe ich keinen Einfluss. Das spricht eigentlich eher wieder dafür, gemeinsame Realität und nur unterschiedliche Interpretationen. Ja, guter Hinweis. Wollen wir weiter? Okay. Okay. Ist dieser konkrete Punkt aber, dass du, dass du mit deiner Wahrnehmung auch deinen Alltag quasi oder mit deiner Einstellung deine Wahrnehmung verentflusst, ist das dann ein Argument dafür, zu sagen, alles steht mit allem in Verbindung, weil da geht es ja dann nur um dich selber oder das ist ja was dein Individuelles trifft. Schon, aber der Glaube dahinter ist eben, wenn mir das passiert, wenn ich jetzt einen Menschen anschaue und ich spüre da was, oder auch eine Blume oder einen Baum, dass ich glaube, dass jedes Lebewesen das auf der anderen Seite praktisch auch empfindet und nicht nur andere Menschen, sondern auf einer anderen Ebene vielleicht und nicht so in einem neuronalen Netzwerk wie bei uns, aber dass Pflanzen das zum Beispiel auch empfinden. Es ist ja auch so, wenn man zum Beispiel einer Pflanze mit Liebe begegnet, zu Hause, also wenn du einfach die pflegst und hegst, dann wächst sie gut. Und wenn die aber anschreiecht jeden Tag und kannst du trotzdem wässern, dann wächst sie nicht so gut. Also dass da einfach was passiert zwischen den Dingen. Und das kann man ja schon beobachten. Zum Beispiel schon der Pflanze. Das kann ich ja nicht messen, weißt du? Das ist ja eine emotionale Energie oder so oder so. Da denke ich gerade drüber nach, ob man das irgendwie messen oder testen könnte. Wenn man jetzt, angenommen, man würde jetzt ein Experiment machen, wo man irgendwie tausend Pflanzen irgendwo in einen Raum stelle, tausend Pflanzen in einen anderen Raum oder wenn immer, ja und nochmal drei tausend Pflanzen im dritten. Und die ersten tausend, die beleidigen wir und schreien sie an und die nächste tausend, die den wir irgendwie lieben, und sagen, wie toll sie sind und die dritten, mit denen machen wir vielleicht gar nichts, als Kontrollgruppe. Und dann gucken wir irgendwie nach drei Monaten, wie haben sie die entwickelt. Eigenes Beispiel. Ja. Wobei man besser gewesen, ihn selbst nach einer Idee zu fragen, ob er eine Idee hat, wie man das testen könnte, statt ihm was vorzugeben. Ja, ist ein bisschen, finde ich, ein Grenzfall, beziehungsweise es ist einfach auch, in dem Fall habe ich den Eindruck, dass es gut gegangen ist. Also, du hast das Beispiel gebracht und es ist, er hat das einfach so als ganz vernünftigen Weg akzeptiert, diese Überzeugung zu überprüfen. Und es gab gar keinen Widerstand, dass er gesagt hat, ja, nee, also so kannst du das ja gar nicht und so. Das heißt, es ist in dem Fall gut gegangen, aber das ist halt immer das Risiko bei eigenen Beispielen. Und es kann eben auch einen Wert haben, wenn derjenige überhaupt mal anfängt, selber darüber nachzudenken, ja, was gibt es denn für Wege? Und wenn die dann selber auf dieses Beispiel kommen, dann hat das eine viel stärkere Bedeutung für sie und ist emotional viel wichtiger für sie, für die Überzeugung, als wenn man das von außen hier reingibt. Sorry, ganz kurz, genau an diesen Punkt möchte ich anknüpfen. Genau das sieht man nämlich, wenn wir jetzt gleich weiterschauen. Ich finde, dieses Beispiel, das sich gebracht hat, hat keine große Wirkung bei ihm gezeigt. Er sagt dann nur einfach zum Schluss, ja, so Tests hat man ja auch schon gemacht. Und ich finde, wie du, Janusz, gerade schon gesagt hast, wenn derjenige selber mit dem Beispiel kommt und anfängt darüber nachzudenken, ist es wahrscheinlich viel wirkungsvoller, als wenn man ihm so das alles vorkaut. Ja, wobei, wenn er sagt, ja, das hat man ja schon gemacht, das klingt ja so, ja, also, wurde ja so durchgeführt und das hat das ja bestätigt, das ist tatsächlich, das hat meine Überzeugung bestätigt. Das macht jetzt das Beispiel, das heißt nicht, dass das Beispiel keine große Wirkung hat, sondern im Grunde wäre dann ja die Frage angenommen, dann würde, du würdest jetzt nochmal nachschauen und würdest feststellen, nee, du hast dir das entweder falsch gemerkt oder es gibt eine neue Studie und die alte hat sich als Fälschung rausgestellt oder sowas und es würde jetzt, es würde sich zeigen, dass da kein Unterschied gemessen wurde. Hätte das einen Einfluss auf deine Überzeugung? Also, das macht das Beispiel nicht unbedingt schlecht. Es geht nur um die Frage, ist das prinzipiell eine Methode, mit der du überprüfen könntest oder mit der du herausfinden könntest, falls deine Überzeugung nicht richtig ist, dass sie nicht richtig ist. Gerard, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass der Markus das Beispiel schon kennt, auch wegen dem, was er danach jetzt sagt. Was Janusz sagt, ist natürlich richtig, aber wenn er jetzt sagt, okay, ja, das Beispiel kenne ich eh und das hat ja meine Sache eigentlich bewiesen, ja, dann weiß ich nicht, ob das recht viel größere Wirkung gezeigt hätte, wenn er das Beispiel selber gebracht hätte. Ich glaube, da ist es dann relativ egal, wobei es vielleicht so rüberkommen könnte, als würdest du ihm sagen, schau mal, da könnte man das großartige Experiment machen und er so, ha, das haben wir doch schon lange gemacht, dieser Reflex, weißt du, was ich meine? Also, ich tendiere schon dazu, dass wenn er es dann selber sagt, dass er es dann auch anders erklärt oder für sich nicht in die Abwehrhaltung geht. Das könnte schon auch passieren, wenn ich genau darüber nachdenke. Aber, ja. Und alles, was Janusz gesagt hat, natürlich. Ich würde noch ergänzen, also, wenn das sein Hauptgrund wäre, der wichtigste Grund für seine Überzeugung, dass er sich auf Doppelblindstudien stützt, die durchgeführt wurden, in dem Fall jetzt mit Pflanzen, dann wäre das ja eine ziemlich gute Epistemologie. Es geht ja nicht darum, dass wir ihn vom Gegenteil überzeugen, sondern dass wir mit ihm gemeinsam darüber nachdenken, was ist denn deine Epistemologie, was ist deine Methode, mit der du herausfindest, ob Überzeugungen, die du hast, stimmen oder nicht stimmen. Und das hat er am Anfang schon gesagt. Du meinst so dieses Gefühlseben, genau. Genau, ja, aber jetzt ist eben die Frage, also, ist das der wichtigste Grund oder sind diese Doppelblindstudien eigentlich viel wichtiger für ihn? Und ich meine, das... Bitte? Mach mal. Ja, also, wenn wir jetzt herausfinden würden, dass diese Doppelblindstudien für ihn viel wichtiger wären, dann ging es ja nicht darum, ja, dann müsste, wir müssen, also, das Ziel ist nicht, ihn davon zu überzeugen, dass das, woran er eigentlich glaubt, dass es nicht stimmt. Sondern wir wollen mit ihm darüber nachdenken, was ist seine Epistemologie und ist die wirklich gut und zuverlässig. Ich wollte sagen, das finden wir heraus, wenn wir weiter schauen. Genau, machen wir das doch. Guter Hinweis. Das, was man auch verifizieren könnte. Ja, wurde ja schon gemacht, so wie ich das... Okay. Aber man kann das Ergebnis verifizieren, aber man kann halt messen, was da passiert, das habe ich gemeint. Also, man kann jetzt nicht... Man kann jetzt nicht sagen, man hat jetzt hier 70% Liebe reingegeben. Nee. Da gibt es keine Maseinheit dafür. Das ist doch kein Messverfahren. Aber man könnte das Ergebnis... Könnte man das Ergebnis... Das Ergebnis, ja, genau. Okay. Wie ich richtig sage. Ja, genau. Also, nur ganz kurze Anmerkung. Selbst wenn man zustimmt und sagt, ja, richtig, hast recht, auch das sollte man vermeiden. Nicht nur vermeiden, dass man widerspricht. Ja. Aber wäre das ein Beweis dafür, dass alles mit allem in Verbindung steht? Oder wäre das... Ja, das wäre erst mal ein Beweis dafür, dass die Pflanze mit mir in Verbindung steht. Ja, natürlich. Okay. Also, du hast das so konkret formuliert, alles mit allem, deswegen versuche ich da auch ein bisschen auf den Fokus zu legen. Das wäre eine Selbstüberfrage gewesen, wenn das aber davor nicht gewesen wäre. Ja. Und zu dem Letzten, was du jetzt gesagt hast, finde ich total gut, dass du anmerkst, ich möchte es, weil du das so und so formuliert hast, möchte ich das möglichst gut verstehen. Deswegen stelle ich diese Fragen. Das ist immer schön, wenn man zwischendurch so ein bisschen erklärt, ja, warum geht es mir gerade? Oder in welche Richtung, frage ich jetzt gerade. Dass man einen Gesprächspartner mitnimmt. Also, man geht jetzt zusammen den sokratischen Weg und nicht alleine. Ja, und ich denke, das kann auch für einen selbst gut sein, sich einfach nochmal darauf rückzubesinnen sozusagen und nicht gleich sofort wieder die nächste Frage zu stellen, die dann vielleicht noch nicht so gut ist, vielleicht auch schon. Aber genau, einfach eine gewisse Ruhe ins Gespräch reinzubringen, auch dadurch, dass man hin und wieder sozusagen auf die Meta-Ebene wechselt. Ja, das hilft einem, sich zu strukturieren. Die Frage wäre ja dann, wenn das eben zwischen mir und der Blume tatsächlich da ist, warum dann nicht zwischen mir und dem Baum? Warum nicht zwischen mir und dem Stein? Warum nicht zwischen mir und Alpha Centauri? Irgendwie hat es eben die langen Lichtgabe weg oder so. Merkt euch das bitte mal. Was? Das mit Alpha Centauri? Genau, ja. Da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, als ich das gehört habe. Ja. Was für eine Wechselwirkung? Können du auf einen Stein haben? Das weiß ich nicht, weil ich bin ja kein Stein, aber ich könnte sagen, was das für eine Wechselwirkung mit mir hat vielleicht. Das, ja. Also auch wieder, wenn man irgendwie einen Stein anschaut und nur in dem Moment ist und vielleicht versucht, den sogar nicht mal vorgefertigt da hinzuschauen und sagen, das ist ein Stein, sondern einfach zu gucken, was das ist. Und was da für Muster vielleicht drin sind und für Einschlüsse und Schattenspiele auf dem Stein und so. Und wenn ich das wahrnehme, dann habe ich in meinem Leben eine ganz große Qualität geschaffen. Und das ist die Wechselwirkung von dem Stein und meiner Wahrnehmung des Steins, meiner Achtsamkeit bei der Wahrnehmung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort, Achtsamkeit. Denn so wie er das formuliert, klingt das auch sehr nach so Achtsamkeitsübungen und was er sagt, dass das eine Lebensqualität einem bringt, diese Achtsamkeitsübungen und die Wahrnehmung wirklich auf das zu richten, dass man nicht so stark in den schon fertigen Kategorien denkt, sondern wirklich versucht nur wahrzunehmen, die Reize sozusagen in ihrer puren Form wahrzunehmen und nicht zu werten. Das ist, glaube ich, das, wovon er da gerade spricht. Also es klingt auch ein bisschen so, finde ich, es könnte Achtsamkeit sein. Es könnte auch eine Erfahrung mit psychedelischen Drogen sein. Aber da er jetzt eben die Achtsamkeit den Begriff selber nennt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es die Ecke ist, aus der das herkommt. Blanke Unterstellung. Ein bisschen. Und ohne, dass der Stein so ist, wie er ist, hätte ich ja nicht genau die Wahrnehmung. Also das heißt einfach nur, dass der Stein so ist, wie er ist. Du beschreibst gerade die Wechselwirkung, die du persönlich empfindest. Weil bei einem Stein kann man es ja nicht messen, wie bei einer Blume zum Beispiel. Genau, genau. Okay. Ganz kurz, sehr schön, du hast erst gesagt, du beschreibst und dann hast du nochmal ergänzt. Also so verstehe ich das. Sehr, sehr schön. Nicht, ich möchte dir Worte in den Mund legen, sondern ich gebe jetzt wieder, was ich verstanden habe. Ja. Sehr gut. Das Spiegel ziehst du komplett sehr gut durch. Aber dann, ich möchte jetzt dein Claim nicht umformulieren, aber du hast gesagt, das sind so deine persönliche, deine Gefühle und deine Erlebnisse, die haben dazu geführt, zu dieser Überzeugung zu kommen. Ja, aber kannst du, das war jetzt ein Beispiel, wie die Umwelt auf dich wirkt. Ja, ja, ich weiß. Daraus kannst du ja noch den Rückschluss ziehen, dass du auch auf alles andere Einfluss hast. Also der Claim wäre ja dann momentan eher, alles hat Einfluss auf mich. Mhm, mhm. Okay. Okay. Das ist schon gerade seine Überzeugung. Dann auch. Ja, also bis hier sehr viel, sehr schöne, sehr schöne Spiegeln dabei und so weiter. Da ist jetzt wieder das Messaging drin, haben wir gerade gemerkt. Und ich habe den Eindruck, das merkt man auch ein bisschen an Markus' Reaktion. Also er hat so recht skeptisch geschaut, irgendwie so eine, die Mine so leicht verzogen, hatte ich den Eindruck. Vielleicht interpretiere ich aber auch zu viel rein. Nein, ich weiß nicht, wie ihr das seht und begibt sich auch so ein bisschen in die Rolle. Ja, du erklärst mir das jetzt und ich nicke das irgendwie ab. Können wir dann gleich nochmal die letzten fünf Sekunden oder sowas sehen, weil ich habe da nicht drauf, ich habe, ich habe mehr auf alle erstes Körpersprache geachtet als auf Markus. Ich glaube, an dem Punkt am Gespräch hatte ich das Gefühl, dass er immer wieder seine Seite erzählt und ich wollte ihn auf die andere Seite, ich wollte die andere Seite auch von ihm beschrieben haben. Und wahrscheinlich bin ich da tatsächlich dann ein bisschen ins Messaging abgetrifftet. Dann können wir jetzt ja mal kurz drüber nachdenken, wie man auf diese Seite hätte erfragen können ohne das Messaging. Ich habe das und das jetzt verstanden, so wie es auch gemacht wird. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist wie deine Wechselwirkung, wie der Stein dich wahrnimmt. Das habe ich noch nicht verstanden. Könntest du mir das noch ein bisschen erläutern? Und die Frage habe ich ihm ja am Anfang gestellt. Ich habe ihn ja direkt gefragt, okay, du hast mir jetzt beschrieben, wie der Stein auf dich wirkt, aber kannst du mir auch beschreiben, welche Wirkung du auf den Stein hast? Und da hat er ja tatsächlich lachen müssen und hat tatsächlich auch so kurz nachgedacht. Und dann hat er aber gesagt, das weiß ich nicht, aber ich kann dir beschreiben, welche Wirkung der Stein auf mich hat. Er hat mir quasi eine andere Frage beantwortet, als ich ihn in dem Moment gestellt hatte. Wie können wir herausfinden, ob du eine Wirkung auf den Stein hast? Beziehungsweise ich würde darauf zurückkommen, also ich habe deine Überzeugung, die du am Anfang kommuniziert hast, so verstanden, dass du davon überzeugt bist, dass du auch eine Wirkung auf den Stein hast. Dass der Stein das auch irgendwie, also diese Wirkung empfindet oder dass die bei ihm ankommt oder wie auch immer. Und bitte korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstanden habe. Genau, also habe ich dich da richtig verstanden und wenn er dann sagt ja, dann zu fragen, okay, also ich habe jetzt verstanden, du hast mir erklärt, was der Stein auf dich für eine Wirkung hat. Und woher, wie kommst du zu der Überzeugung, dass das umgekehrt auch der Fall ist? Das wäre so, glaube ich. Wie kommst du zu der Überzeugung? Wenn man das falsch betont, könnte das auch wieder ein bisschen... Ja, kann man bestimmt auch noch bezahlen. Aber... Aber... Wer... Beim Einbinden war Karl sagt aber... Nee, ist gut. Nee, ist schon richtig. Also ich denke... Ja, also zu fragen, habe ich dich richtig verstanden, dass du, dass das Teil deiner Überzeugung ist, dass es auch umgekehrt der Fall ist? Wenn er dann sagt, ja, ja, schon, dann kann man ja fragen, okay, warum glaubst du das denn? Das ist vielleicht besser als, ja, wie kommst du denn dazu? Das klingt so ein bisschen, könnte ein bisschen konfrontativ wirken. Okay, dann gehen wir nochmal zehn Sekunden zurück und achten ein bisschen aufs Zeit. Ja, schon Frechkeit braucht. Ja, ich guck mal. Aber jetzt haben wir schon länger drüber geredet, ich weiß das ja. Der Claim wäre ja dann momentan eher, alles hat Einfluss auf mich. Mhm. Okay. Okay. Hast du dann auch ein Beispiel, wo du sagen kannst, okay, ich beeinflusse meine Umwelt? Ja gut, bei anderen Menschen natürlich. Also wie ich anderen Menschen zugehe und mit denen einfach interaginiere, das hat ja einen großen Einfluss drauf, wie die Begegnung dann auch ist letztlich und wie die beiden aus der Begegnung, ich und er, rausgehen aus sie. Klar. Genau, also das ist auf jeden Fall. Aber wenn man es dann vielleicht ein bisschen größer fassen will und dann auch vielleicht wieder den Kosmos dann mit einbezieht, glaubst du auch, dass du Einfluss auf den Kosmos im Ganzen hast? Auf irgendwas außerhalb unserer Erde? Einfluss nicht in dem Sinn, dass ich da was verändern kann. Das ist, glaub ich, nett. Ja, also du hast jetzt, Markus hat jetzt schon angesetzt, dann hast du nochmal was nachgesetzt. Und dann hatte ich auch den Eindruck, dass Markus schon angefangen hatte, über die Frage nachzudenken. Und dann hast du noch ein, zwei Mal noch ergänzt und präzisiert. Das ist sowas. Man will natürlich seine Frage möglichst präzise formulieren, aber auf der anderen Seite unterbricht es manchmal eben auch stärker den Nachdenkprozess und der andere hört eigentlich sowieso gar nicht mehr richtig zu, was da noch hinterherkommt. Das ist mir auch schon häufiger aufgefallen und versuche, mich abzugewöhnen, ja. Das habe ich auf dem Schirm, ja. Die sind ja auch alle noch am Üben. Genau. Ja, ja. Aber ich finde, genau aus dem Grund ist es auch so hilfreich, sich diese Videos aufzunehmen, weil man genau diese Situation dann nämlich im Nachhinein nämlich dann selber sehen kann. Ja. Ich finde das gemein bei Review-Videos. Hatten wir bei Karl auch schon das Review-Video machen, ein halbes Jahr später. Und man kriegt dann die Fehler aufgezeigt, die man schon seit einem halben Jahr voll bearbeitet. Aber trotzdem, ist halt so. Ja, aber ich muss schon zugeben, dass die Fehler, die ich, wo wir es aufgenommen haben, wo ich mir nachher nochmal angeschaut habe, diese Fehler werde ich nicht nochmal machen. Also ich achte jetzt viel mehr darauf, dass ich keine eigenen Beispiele gebe. Ich achte viel mehr darauf, dass ich frage, was heißt, Homophagie und Mitchell sind wirksam. Was heißt wirksam? Diese Fehler werden nie wieder passieren. Wie, aber hat das Review-Video nochmal dazu geführt oder wie hast du dich gefühlt beim Review-Video? Dachtest du, ah, dieser Fehler war cringe, den mache ich doch schon seit Monaten nicht mehr? Oder da hat dich das nochmal so richtig reflektiert? Das hat, also glaube ich, nach dem ersten, also wir haben uns das, glaube ich, am Abend nochmal angeguckt, nee, am nächsten Morgen haben wir uns das ja angeguckt, nachdem wir das aufgenommen haben. Dann haben wir uns das in der Übungsrunde nochmal angeschaut und dann hier nochmal im Review. Und ich finde, jedes Mal, wenn ich es nochmal gesehen habe, verdeutlicht das nochmal hier, das war ein Fehler. Nicht nochmal machen und so. So häufiger man seinen Fehler sieht, so bewusster bleibt einem der und so mehr Potenzial zu verbessern, hat man ja auch. Danke, ich wollte jetzt nicht zu viel abschweifen, aber das hat mich gerechnet. Ja, also ich denke auch, es ist ja, geht ja gar nicht drum, irgendjemand mit der Nase draufzustoßen, das hast du falsch gemacht, sondern es geht darum, erstmal, dass man selber über solche Gespräche, die man aufgezeichnet hat, lernt und auch, dass andere Leute, die sich jetzt hier das Review anschauen, lernen und so ein bisschen mitbekommen, okay, was sind denn die Punkte, auf die man achten muss. Und es dem bewusst wird, dass es ein Lernprozess ist. Auch ein Anthony Manag Bosco ist nicht vom Himmel gefallen. Absolut nicht. Das ist, wenn man sich die frühen Videos anguckt. Ja. Okay. Schauen wir mal weiter. Weiter geht's. Auf dem Boden bin ich schon. Vielleicht ist es wirklich falsch formuliert, aber es ist eher so dieses, dass da was zugrunde liegt, weißt du? Dass da irgendwo, wir waren ja alle mal ein Punkt anscheinend, Urknall, und dass diese Verbindung irgendwie da immer noch ist, vielleicht sogar zwischen den Atomen und zwischen den Molekülen. Genau, wo war man jetzt schon geblieben? Ich habe die Frage gestellt, ob man das wirklich so weit, ob das so weit gültig ist, alles mit allem in Verbindung, dass du auch sagen würdest, du stehst wirklich auch so mit dem Kosmos in Verbindung, dass du wirklich auch andere, irgendwas irgendwo im Kosmos verändern könntest, dass deine Moleküle im Körper, wenn du sagst, dass Verbindungen zwischen den Atomen, willst du damit sagen, dass, also geht es so in die Richtung Quantaphysik? Nee, also ich glaube nicht, dass sich was verändern kann jetzt irgendwie auf der Sonne, zum Beispiel, oder auf dem Mond, oder irgendwo anders auf der Welt. Ganz kurz, das waren natürlich jetzt auch wieder eigene Formulierungen, eigene Vorschläge, Quantenebene, das kam von dir, nicht von Markus. Und ich meine, dass er nicht denkt, dass er tatsächlich was verändern kann, das hatte er vorher schon mal gesagt. Also insofern auch das eher ein bisschen unwinstig ist, dass du das dann nochmal aufgeworfen hast. Ja, ich habe ja vorhin, hat er ja irgendwas erzählt, dass er in Wechselwirkung mit Alpha Centauri steht. Und das ist mir ja noch so im Hinterkopf gehangen. Und deswegen, das wollte ich nochmal aufgreifen. Aber ich habe es natürlich total plump gemacht und ja, sehr viel Messaging betrieben in dieser Situation. Hätte man bestimmt eleganter das Thema da nochmal draufsteuern können, indem ich einfach nochmal nachfrage. Ja, du hast ja vorhin auch was von Alpha Centauri erzählt. Könntest du mir das nochmal erklären? Sowas zum Beispiel. Wo ist denn der Switch passiert? Weil der erste Teil, also das Intro war ja super, super, super gut. Schön gespiegelt, richtigen Fragen gestellt. Und dann irgendwie jetzt bis vor ein paar Minuten, da fing dann Messaging an, Aber-Sagen fing an. Was da passiert ist? Ich glaube, das war einfach so ein Punkt, dass ich eine bestimmte Richtung in dem Gespräch erreichen wollte. Und die Richtung, die das Gespräch gegangen ist, war nicht ganz meine Richtung. Und ich habe einfach da zu viel zwanghaft versucht, das Gespräch zu beeinflussen, glaube ich. Ich kenne das von meinen früheren Gesprächen, da habe ich das die ganze Zeit gemacht. Ich wollte immer zu viel. Ich wollte zu viel erreichen, zu viel das Gespräch lenken. Ja, das ist mir ständig passiert. Das ist einfach ein Reflex, den wir haben, den wir uns abtrainieren müssen, glaube ich. Genau, also beim sokratischen Weg lenkt man nicht das Gespräch, sondern eher, man moderiert ist. Ist das ein richtiger? Ja, oder man strukturiert ist. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, also das ist ein ganz, ganz feiner, ganz schmaler Grat. Und auf der einen Seite nicht, es in eine bestimmte Richtung zu lenken, in die man selber will. Und auf der anderen Seite aber auch nicht dem anderen zu erlauben, völlig vom Thema abzukommen und in so einen Predigtmodus oder so eine Schwafelei zu verfallen. Nein, das kann nämlich auch passieren. Also gerade, wenn jemand sich mit einem Thema sehr gut auskennt oder es gewohnt ist, viel über dieses Thema zu reden, dann kann das leicht mal passieren. Und da muss man tatsächlich auch mal eingreifen und sagen, ja, ich merke, das Thema ist dir wichtig. Ich würde ganz gerne nochmal auf den und den Punkt zurückkommen. Aber das war hier jetzt nicht der Fall, sondern da ging es eher um, also ich hatte auch den Eindruck, du wolltest, es klang zum Teil etwas, soll ich sagen, ein bisschen esoterisch. Und du hattest so den Eindruck, ja, aber dieser esoterische Punkt, das klingt für mich nach etwas, was, das klingt nicht plausibel für mich. Und deswegen, da will ich eigentlich gerne nochmal hin. Und das war ein bisschen, ja. Ich glaube, das kam auch etwas durch. Okay, schauen wir weiter. Nö, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es das verändern kann. Ich glaube aber schon, dass es da eine Wechselwirkung gibt, irgendwie eine Energie, die da fließt. Ja, wenn wir bei dem Beispiel von der Blumen zum Beispiel bleiben. Aber ja, warum alles mit allem, das ist natürlich schon schwierig. Ich glaube, weil du kannst das nicht vergessen. Ganz kurz vielleicht dazu. Das ist schon ein Gefühl. Vielleicht ist es auch ein Glaube. Das fand ich gerade sehr gut. Er war, also es wirkte so, als wäre er schon am Ende. Dann hast du aber gewartet. Und dann hat er von sich aus nochmal angesetzt und gesagt, ja, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, das so zu formulieren oder so ähnlich. Also insofern, es kann sich durchaus lohnen, einfach mal trotzdem noch kurz zu warten, weil dann oft noch sehr interessante Sachen vom Gegenüber kommen können. Schweigen ist Gold beim sokratischen Weg. Absolutes, blankes Gold. Absolut, ja. Ich weiß nicht, ich habe den Satz, den du jetzt gerade mitten abgeschnitten hast, den habe ich irgendwie wichtig gefunden. Vielleicht kannst du nur drei Sekunden zurückspringen oder so. Okay, dann sage ich noch ganz kurz, ja, also da passiert wahnsinnig viel in dem Moment. Ich würde vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr als drei Sekunden zurückspringen, weil der Moment so wichtig ist, weil er nämlich, also er sagt dann, ja, also es ist schwierig, das so zu formulieren. Beweisen kann ich das nicht. Das ist mehr so ein Gefühl oder ein Glaube. Genau, das meinte ich. Im Glaube hast du dann abgedreht. Aber das... Genau, also da würde ich jetzt nochmal ein paar Sekunden zurückspringen und da kann man nochmal diesen Moment nachvollziehen. Da passiert wahnsinnig viel bei ihm. Alles mit allem, das ist natürlich schon schwierig. Ich glaube, es ist ein Gefühl, vielleicht ist es auch ein Glaube. Vielleicht möchte ich das auch nur. Vielleicht möchte ich das auch nur. Allerdings, man merkt auch, er sagt, ja, er weiß, kann ich es nicht. Ja, ist richtig. Und dieses Ja, ist richtig ist im Grunde ein Zug. Also er gibt zu, ja, da hast du recht. Und an diesem Ja, ist richtig, erkennt man auch, dass er, dass das Messaging bei ihm schon auch angehört, dass er das mitbekommen hat. Dass er schon den Eindruck gehabt hat, du teilst diese Überzeugung nicht und willst eigentlich darauf hinaus, dass die eher nicht stimmt. Als er gesagt hat, vielleicht möchte ich daran glauben. Was würdet ihr sagen, da direkt spiegeln? Vielleicht möchte ich daran einfach nur glauben? Das einfach nur wiederholen? Oder Pause lassen mit der Gefahr, dass er diesen Gedankengang schon wieder woanders ist? Was würdet ihr da empfehlen? Was denkt ihr? Ich glaube, kann beides super funktionieren. Kann beides auch sein, dass es nicht, also ich finde beide Ansätze völlig legitim. Was würdet ihr davon halten, das Gespräch zu beenden an so einer Stelle? Dann würde ich es auf jeden Fall vorher nochmal spiegeln, um den Punkt nochmal klarzumachen. Ich glaube, dass ich da fortsetzen würde. Das Ziel ist ja, dass du ihn, die eigentliche Arbeit passiert ja nach dem Gespräch. Und du willst ihn zurücklassen, natürlich nicht zurücklassen, aber du willst ihn so entlassen, dass er beim Duschen nochmal drüber nachdenkt. Und gerade mit so einer Fragestellung so, oder will ich daran nur glauben? Glaube ich daran, weil es mir gut war? Also ich sehe mir das Punkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Apori war oder eine defensive Haltung gegen das Messaging vorher. Das brauche ich mir jetzt nicht zu beurteilen. Aber ich fand da noch sehr schöne Fragen danach. Deswegen finde ich das eine gute Entscheidung, dass da Alex da fortgeführt hat. Ja, das Ende ist grandios. Und da, wo Alex das Ende gemacht hat, ist es göttlich. Und das ist, glaube ich... Nicht spoilern. Wir haben ja vorhin... Nicht spoilern. Nur teasen, nur teasen. Ja, genau. Jetzt nicht ausschalten, Leute. Wer es jetzt für 50 Minuten geschafft hat, würde ich jetzt... Und zu eurer Frage, Gespräche an der Stelle fortsetzen oder Gespräche an der Stelle beenden? Ich habe ihn einfach gefragt. Wollen wir das Gespräch jetzt mal weiterführen? Oder bei Konsens erfragen? Dann hören wir uns das jetzt an, was du da gefragt hast. Fantastisch. Nee, aber also ganz kurz. Ich finde auf jeden Fall, Renés Punkt bin ich voll dabei. Es wäre auch ein hervorragender Punkt, um zu sagen, okay, cool. Danke für das Gespräch. Und das da wirklich an der Stelle zu beenden. Aber das bedeutet nicht, man sollte es da beenden und darf es nicht fortspüren oder so. Gefühle und Glaube sind fehlbar? Natürlich. Vielleicht ganz kurz, weil Gerald da auch akustisch Probleme hatte. Es ist ein bisschen schwer zu verstehen. Die Frage ist, Gefühle, Glaube sind die fehlbar? Was aber in sich auch wieder eine Leading-Question ist. Also eine geschlossene Frage eigentlich. Also richtig, ja. Außerdem eine Jan-Einfrage schon ein bisschen. Sollte Gefühle und Glaube ausreichend sein, um zu 97 Prozent Zuversicht zu bekommen? Ja, das ist schon sehr sportlich, ne? Ja, aber er wäre wahrscheinlich 50-50 besser. Pause. Wahnsinn. Das habe ich nicht mitgekriegt. Das habe ich nicht mitgekriegt. Das habe ich tatsächlich, als ich es mir nochmal angeschaut habe, vor der Sendung nicht mitgekriegt. Geil. Ich weiß, das ist grandios. Da war ich selber überrascht. Also ich habe schon gemerkt, dass er so ein bisschen mit seiner Überzeugung hadert. Aber dass es so weit runtergeht, dass er wirklich sagt 50-50, wäre wahrscheinlich die gesunde Einstellung. Fand ich sehr überraschend. Vielleicht nehmen wir es auch darauf, dass er am Anfang irgendwie die Frage oder die Skala einfach anders bewertet hat und so aus dem Reflex. Ja. Glaube ich nicht. An der Stelle habe ich nicht mehr das Gefühl, habe ich nicht das Gefühl, dass da ein Missverständnis wird in der Skala noch vorliegt. Also ich habe sie am Anfang nicht gut beschrieben, aber er hat sie trotzdem verstanden. Oder wir haben sie gleich verleitet. Und ich finde, das zeigt halt, selbst wenn man Messaging betreibt und aber sagt, kann man trotzdem unglaublich viel bewegen. Das ist also grandios. Ja, vielleicht 50-50 doch besser. Und da muss ich jetzt mal noch hinzufügen, also das, was du da vorgemacht hast, diese geschlossenen Fragen, sollte das, ist das wirklich und so aus Sicht des sokratischen Weges, geht gar nicht. Das ist wirklich so ein, ich erzeuge jetzt so ein, ach, habe ich dich Moment. Und das merkt man und da hast du einfach, glaube ich, auch Glück mit deinem Gesprächspartner. Er hat einen super Rapport und er ist ein Mensch, der offensichtlich nicht leicht defensiv wird, sondern sehr, sehr aufgeschlossen ist, zu sagen, ja, okay, also vielleicht habe ich mich da tatsächlich geirrt. Und das ist natürlich toll, wenn jemand diese, wie man es nennt, doxastische Offenheit hat. Aber, ja, also von der Technik, vom sokratischen Weg her gesehen, war das jetzt gegen Ende nicht gut vom Ergebnis. Aber umso mehr, also als wir das zum ersten Mal uns angeschaut haben, haben wir alle auch so reagiert, was, wo kommt das denn auf einmal her? Also du hast völlig recht, mit einer anderen Person hätte das voll nach hinten losgehen können, hätte passieren können, dass sie in die Defensive geht oder in die Verteidigungshaltung. Würde ich heute anders machen, glaube ich. Ja, dafür ist es ja da. Okay, Endsport. Ich habe mal der Traum auf 10 Minuten gestellt. Also wir haben uns 10 Minuten gequatscht. Wir können gerne noch weiter, das vertiefern oder wir können es auch erstmal zacken lassen. Das ist ein guter Punkt. Aber ja, natürlich stimmt das. Natürlich stimmt das. Ich glaube, das beruht natürlich nur auf dem Konstrukt, was ich mir so rechtgelegt habe in meinem Kopf. Und wenn ich sage, ich spüre das, ist das ja nur was ganz Individuelles und was Subjektives. Das heißt, das ist vielleicht mehr eine Interpretation als eine Wahrheit. Ich möchte, also mein Ziel war jetzt da überhaupt nicht zu sagen, dich umzustimmen, sei ein bisschen Überzeugung. Ja, sondern es ging einfach darum zu gucken, wie kommst du zu dieser Überzeugung. Ja. Und ist dieser Weg, der dich zu dieser Überzeugung geführt hat, wirklich so zuverlässig, dass du für dich zu einer 97-prozentigen Überzeugung bekommst. Auf jeden Fall ist es angreifbar. Ja, 50-50 wäre wahrscheinlich tatsächlich besser, weil genauer kann ich es nicht wissen wahrscheinlich. Das ist entweder oder, oder keins von beiden. So, das Ende gefällt mir sehr gut. Ja. Ich fand es auch sehr gut, dass du da nochmal betont hast, dass es nicht darum ging, ihm umzustimmen. Ich glaube, also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er nach seiner Reaktion gehend das so wahrgenommen hat. Stellenweise, im Gespräch vielleicht schon so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen nicht. Trotzdem, ja, sehr gut, überhaupt das Ende auch sehr gut gefallen. Als er gesagt hat, vielleicht ist es eher eine Interpretation als eine Wahrheit. Danach hast du ja ihm nochmal das Ziel vom sokratischen Weg erzählt. Da hätte ich vielleicht eher das nochmal gespiegelt. Eher eine Interpretation als eine Wahrheit. Und dann Pause. Ja. Hätte man machen können, aber... Ja, ich bin später noch weitergegangen. Ich fand vor allem auch, in dem Moment habe ich gemerkt, wow, da passiert tatsächlich was. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich nochmal spiegeln muss, um das noch weiter anzufeuern. Wie häufig macht ihr das in privaten Gesprächen, dass ihr das Ziel vom sokratischen Weg am Anfang erzählt? Am Anfang eher nicht. Es passiert manchmal einfach, dass man ihn in diese Gesprächstechnik abwünscht. Ja, wenn ich jemanden ums Gespräch bitte, dann umreiße ich so ein bisschen, um was es da gehen könnte, ohne ihm die Methode zu erklären. Ich glaube, das würde ihn ablenken. Und nach dem Gespräch dann gerne erzähle ich mehr so, das hat den und den Sinn. Und ja, da gibt es auch Aha-Momente. Alex, was hast du mit Markus denn vor der Videoaufnahme noch besprochen? Also hat es dir das schon erzählt, also worum es da geht oder was? Ja, also um deine Frage zu beantworten, wie ich persönlich es mache. Also wenn ich ein offizielles Street-Epistemology oder sokratische Weg-Interview führe, dann... Offizielles. Wenn ich es quasi so ankündige, also wenn ich das plane mit jemandem, dann weiter. reiche ich denjenigen schon ein, dann sage ich ihm, worum es geht, was der Sinn dahinter ist und versuche ihn vorher auch ein bisschen so auf den Stand zu bringen. Wenn ich in einem Gespräch mit einer Person merke, okay, der hat eine Überzeugung, die mich jetzt interessiert und ich komme dann ganz natürlich im Gespräch auf solche Fragen, dann würde ich es eher nach hinten verlagern und nach dem Gespräch ihm dann vielleicht sagen, okay, was ich jetzt hier genau gemacht habe. Okay, die andere Frage war jetzt, was wir vor dem Gespräch jetzt noch gesprochen haben. Das waren eigentlich mehr so private Geschichten. Wir haben uns einfach so ein bisschen auf den Stand gebracht. Wir hatten allerdings vorher über WhatsApp ein bisschen Korrespondenz und da habe ich ihm schon ein bisschen von Street-Epistemology erzählt und ihm auch, glaube ich, ein, zwei Quellen oder ein Video oder sowas mal geschickt. Also von daher hatte er ungefähre, ungefähre Ahnung, was auf ihn zukommt. Ich wusste allerdings nicht, welchen Claim das er tatsächlich an diesem Tag vertreten will. Also den hat er sich ganz spontan überlegt. Und dann die Gegenprüfung noch, hast du nach dem Gespräch Feedback von ihm bekommen? Ja, habe ich mir gerade noch mal so durch den Kopf gehen lassen, was wir auch danach gesprochen haben. Also ich glaube, er fand es prinzipiell ganz interessant, was allerdings eine Aussage, die konnte ich nicht so ganz einordnen oder, ja, die ist mir auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben. Er hat gesagt, ja, das ist ja schon interessant, aber es ist schon verdammt kopflastig, oder? Recht hat er. Auf nächste Logik haben wir uns das alles. Also bei der Gelegenheit auch, Markus, wenn du dir das Video dir anschaust, hier das Review, dann hinterlass gerne einen Kommentar oder melde dich noch mal. Wir freuen uns auch über Feedback, wie du das so wahrnimmst. Und vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Aufnahme zur Verfügung gestellt hast. Vielen, vielen Dank. Das ist klasse. Ja, denn mit solchen Gesprächen, die wir aufzeichnen, können wir solche Review-Videos machen oder können die hochladen und dann können Leute überhaupt erst mal vom sokratischen Weg erfahren und das Üben und so ein bisschen die Fallstricke kennenlernen. Und da blende ich jetzt bei der Gelegenheit auch gleich mal dieses Banner noch ein. Jetzt halt auf Englisch, aber wenn ihr das Thema spannend findet, wenn ihr diese Gespräche cool findet, wie, was für konstruktive Gespräche man damit über Themen führen kann, wo es manchmal, wo das Risiko groß ist, dass es mal kracht oder dass man sich irgendwie in die Haare kriegt, dann kommt gerne zu uns in die deutschsprachige Community. Ich bin lernfähig bei uns auf Discord. Den Link zu Discord findet ihr auch auf unserer Webseite und den Link zur Webseite, den stellen wir euch in die Beschreibung von dem Video. Ja, und ich weiß nicht, habt ihr noch ein paar letzte Punkte? Vielen Dank. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Danke auch Alex, also nicht nur Markus, sondern auch danke Alex. Genau. Euch auch danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und das tolle Feedback mir gegeben habt. Und ich denke mal, dass Markus auch bestimmten Kommentaren hinterlassen wird. Er hat auf jeden Fall gesagt, wenn wir das Video irgendwann online stellen, dann soll ich ihm den Link schicken. Also er ist auf jeden Fall interessiert, was wir damit angefangen haben. Ist ja cool. Dann, ja, danke an die Runde. Danke Alex, danke Markus. Und natürlich, wenn ihr euch dieses Video angeschaut habt, dann auch schön, dass es euch interessiert und dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir haben jetzt, wir hatten so eine Dreiviertelstunde uns als grobes Ziel gesetzt. Jetzt ist es eine Stunde acht geworden. Naja, was will man machen? Ja, vielen Dank. Und natürlich, wir freuen uns. Ja, wir müssen. Müssen wir jetzt so share. Ja, wir müssen sagen, like and subscribe. Ja, Daumen hoch. Das ist natürlich unser... Glocke nicht verkehrt. Glocke nicht verkehrt. Das ist unserem Channel, unserem Channel hilft, wenn ihr uns abonniert. Und wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt, so ist dieser blöde Algorithmus. Und weil das Leute da nicht dran denken, wenn man es nicht dazu sagt, sagen das immer alle am Ende. Also sagen wir es natürlich auch. Like and subscribe. Kickt die Glocke. Hit the Bell. Genau, und dann kriegt ihr auch mit, wenn wir nochmal so ein Video dieser Art hochladen. Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.